Sind sie doch nicht. Das ist doch Quatsch, das ist doch ein Märchen, nicht nur zu beschweren über die Dinge, sondern fang doch mal an, Lösungen zu liefern. Und wie kann ich mich denn wirklich als Person, als Mensch verbessern? Aber ich sage dir eine Sache und damit können wir eigentlich den Podcast heute schließen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zum Emolution-Podcast. Heute einfach mal so ein bisschen Berichterstattung. Es ist sehr viel passiert bei uns die letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen. Ja, so ist das. Ich schieße mal raus, was ist denn so passiert? Naja, vor allen Dingen ist es die letzte Podcast-Folge, die wir heute haben hier in diesem Studio. Und wir ziehen am nächsten Freitag um in unsere neuen Büroräume. Neues Headquarter. Genau, und wir verdreifachen uns. Das ist, glaube ich, auch schon mal eine ganz gute, coole Sache. Yes. Vor allen Dingen, wenn wir einen eigenen Seminarraum haben in der Zukunft. Das heißt, dass wir wirklich unsere Kunden bei uns lernen können, sich weiterentwickeln können. Also, dass wir vielmehr auch diesen One-to-One-Aspekt einbauen können, dieses wirklich individuelle Arbeiten mit den Kunden. Genau. Weil wir einfach gemerkt haben, dass das ein sehr großer Hebel ist in der Entwicklung, in der Optimierung von den Kunden, von den Firmen, die mit uns zusammenarbeiten. Aber jetzt mal abgesehen vom Seminarraum, das ist natürlich nur ein geiles Feature, aber wir haben sehr, sehr viele geile Features, die wir da, also es ist, glaube ich, generell, allgemein kann man sagen, schon so 10x Upgrade in allen Belangen. Also, sowohl das Interior, die Optik, den Style, die Größe, die Abteilungen, das ist alles halt auf einem fantastisch geilen Level. Genau, also, ja, ich meine, auf jeder Stufe muss ein Unternehmen neu transformieren, neu weiterentwickeln und das tun wir jetzt. Absolut. Aber es ist schon crazy, finde ich, wie viel, also ich hätte es mir ein bisschen leichter vorgestellt, sage ich dir auch ehrlich, aber es ist schon crazy, wie viel da dranhängt und wie viele Dinge man berücksichtigen muss, um so einen Umzug dann auch final, weil es ja schon ein Unterschied ist, als ob ich jetzt ein Büro mit, weiß ich nicht, ein Ladenlokal mit 60, 70 Quadratmetern ausstatten muss oder ob ich jetzt ein Büro reinskaliere mit, weiß ich nicht, knapp 700 Quadratmetern Fläche, das ist schon ein Unterschied, ne? Ja, also, letztendlich sehe ich das einfach so, dass eben jedes Unternehmen muss auf jeder Stufe wieder neu weiterentwickelt werden und dann stellen sich neue Herausforderungen. So und so ist es ja auch. Du hast immer wieder einen Punkt, wo auch Rollen sich neu definieren und wo Rollen in einem Unternehmen sich ergänzen, erweitern, wo einfach neue Aufgaben dazukommen, wo zum Beispiel ein Einzelkämpfer nicht drüber nachdenkt oder wo ein kleines Unternehmen nicht drüber nachdenkt und jetzt kommst du wieder in den Schritt und dann kommen natürlich wieder neue Sachen, das sind ja auch neue Erfahrungswerte, die man einfach sammelt, ne? Ich finde das super spannend, ich finde das einfach total. 100 Prozent, was ich nur damit meinte, ist halt, ich hätte es mir echt easier vorgestellt, das alles auf die Beine zu stellen, weil alleine so Lieferfristen und so ein Zeug, das ist ja komplett crazy, was? Da eine kleine Änderung für, das ist wie so eine Kettenreaktion, die das Ganze auswirkt, vor allem, wenn du, wir haben ja eine Opening Party sozusagen, wo sehr, sehr viele Kunden von uns eingeladen sind und bis dahin muss das natürlich auch alles tipptopp sein, ne? Aber da siehst du halt wieder auch die Sachen wie Genauigkeit, ne? So, auf was muss man überhaupt alles achten, ne? So, wo du dann auch wieder die unterschiedlichen Fähigkeiten wieder siehst, ne? Du erinnerst dich vielleicht, ich habe so ein paar Dinge, so jetzt kurzer Talk auch mit den Mitarbeiterinnen, wo ich sagte, du bist da und da und da, ja, nee und so weiter und so weiter und so weiter und dann hat sich genau herausgestellt, dass es so war, wie ich es gesagt habe. Ja. So, und das hat halt, da hat, da spielt ja auch Erfahrung halt eben eine große Rolle. Warst du schon mal in einer Situation, warst du schon mal in einer ähnlichen Situation, bist du schon mal da reingelaufen in solche Sachen? Ja. So, und dann siehst du, und ich meine, für mich war es jetzt ehrlich gesagt schon easy. Ja gut, du hast auch nichts gemacht, hast dich auch rausgehalten aus dem Ganzen. Ne? Also das war... Leicht gesagt jetzt aus deiner Situation. Genau, ja, aber das ist ja auch eine gute Situation, ne? Das muss man jetzt mal ja aus unternehmerischer Sicht mal sehen. Ja. Ne, das ist ja auch schon ziemlich cool, ne? Aber mir hat es auch Spaß gemacht. Ne, so, also du hast ja auch da wirklich maßgeblich deine Handschrift mit eingebracht. Ich habe den Grundriss gemalt. Genau, also du hast ja da maßgeblich deine Ideen mit eingebracht und auch davon werden wieder unsere Kunden profitieren können. Ja. Von unseren Erfahrungen, die wir da gemacht haben oder die ihr gemacht habt, die Erfahrungen. Und ja, das ist... Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Das ist eine geile Sache. Das heißt, die nächste, also die Podcast-Folge nach dieser wird wahrscheinlich schon in dem neuen Setup, wie wir das genau machen, da haben wir schon ein paar Ideen, die geil sind auf jeden Fall. In dem neuen Setup sein, ne? Das heißt, wir verändern auch so ein bisschen den Look, Look and Feel von diesem Podcast. Ja, geile Sache. Genau. Da habe ich richtig Bock drauf. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz guter Anlass, mal tatsächlich über das Thema Transformation zu sprechen. Also ich finde das eigentlich ganz wirklich nicht eigentlich, sondern es ist ein spannendes Thema, ne? Weil häufig ist ja so Körper, Transformation, Gesundheit, Healthy, ne? Und das Gleiche ist ja auf der unternehmerischen Ebene dasselbe. Mhm. Diese Weiterentwicklung, ne? Was passiert denn da überhaupt? Was ist denn da? Und will ich das überhaupt? Oder ignoriere ich das, dass das wirklich immer wieder stattfinden muss, dieses ganze Thema? Ja, viele, ich weiß es nicht, es sind, viele sind sich, glaube ich, einfach auch gar nicht im Klaren darüber, welches Spiel sie spielen wollen, ne? Weil jedes Spiel hat ja so eigene Regeln, ne? Und wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, ich will das erfolgreichste Maklerunternehmen in, keine Ahnung, Düsseldorf aufbauen oder in der, weiß ich nicht, im Rhein-Main-Gebiet, dann hat dieses Spiel seine eigenen Regeln und dann darf ich halt vor der Transformation, vor der Weiterentwicklung keine Angst haben, sondern ich muss Bock darauf haben. Was ich mich nur immer frage ist, und das ist ein Phänomen gerade in der Maklerbranche, ich schwör's dir, es ist in der Maklerbranche weitaus verbreiteter als in vielen anderen Branchen, dass die Leute das, oder viele Leute, ne, ich will jetzt hier nicht pauschalisieren, aber viele Leute das nicht wollen. Die wollen, also wie oft hören wir die Aussage, dass Leute ihren Umsatz halten wollen und solche Geschichten? Gutes Beispiel. Ja, schieß mal los. Ein sehr gutes Beispiel. Umsatz halten, was sagst du dazu? Also der erste Punkt ist, welchen Zustand braucht ein Selbstständiger oder Unternehmer? Nur der Selbstständige ist jetzt vielleicht alleine oder ein, zwei Leute oder so. Oder der Unternehmer, welchen Zustand braucht der? Und hey, ich glaube, meine ganzen Mitarbeiter lachen sich immer, oder lachen sich ins Fäustchen, wenn ich das Beispiel bringe, mit der du sitzt auf der Toilette. Ja, und du hast kein Klopapier mehr. Ist nicht cool. Ich will jetzt den Begriff, das Wort, da ist es ganz schön scheiße. Wenn du auf Toilette sitzt und hast kein Klopapier. So. Und wenn du aber weißt, du hast immer genug Klopapier, dann ist das sowas wie, du hast genug, mehr als du brauchst. Ja. Also Überfluss. Ja, du hast einfach Überfluss. Überfluss an vielen Dingen. Kühlschrank, denk mir mal an Corona zurück. Die Leute sind rausgerannt wie die Irren und haben die Supermärkte gestürmt, weil sie Angst hatten, dass sie nicht genug im Kühlschrank haben. Also dann auf einmal steht aus Mangel oder der Angst vor Mangel so Horten. Ja, ja. So, pass auf. Jetzt nehmen wir doch mal, jetzt nehmen wir doch mal ganz einfach die Situation, du richtest dich aus als Selbstständiger und sagst, wenn ich so 20.000 Euro im Monat habe, ist alles super geil. da kann ich toll überleben. Fantastisch. Ja, so. Jetzt kommt nämlich der Punkt. Und das ist dieses Ding, ich richte meine Arbeit auf den Zweck aus, einfach nur zu überleben. Gut zurecht zu kommen, gut klar zu kommen. Dann passiert Folgendes. Erstens, da kommt das Finanzamt. Also erstmal kommen die Kosten. Das heißt, du hast ja wieder dir irgendwelche Tools angeschafft, die du möglicherweise in der Größenordnung gar nicht brauchst. Also die nehmen schon mal einen Teil weg. Dann kommen anderen Kosten noch dazu. Krankenversicherung und Selbstständiger, bla bla bla. Und dann kommt das Finanzamt noch. Was bleibt mir dann übrig? Ich sage dir ganz ehrlich, da kannst du auch irgendwo als qualifizierte Angestellter arbeiten, wirst du am Ende mehr verdienen, hast weniger Sorgen. Ja gut, dann sagen die Leute aber ja wieder, ich will ja frei sein. Sind sie aber doch nicht. Aber meine eigenen Entscheidungen. Sind sie doch nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch ein Märchen. Das ist eine Illusion. Das ist eine komplette, das ist so ein Magic Trick von irgendeinem Zauberer. Das ist nicht da. Das ist nicht wahr. Das ist nicht die Wahrheit, weil es darf eigentlich nie wirklich was passieren. Weil wer auf Überleben ausgerichtet ist, der wird in den Urlaub fahren. Der wird seinen Laden abschließen, wenn er in den Urlaub fährt. Es wird nichts laufen. Er wird nichts beurkunden. So er wird noch nicht mal, er wird noch nicht mal wirkliche Kontinuität. Kontinuität in sein Unternehmen, weil er nur auf Überleben programmiert ist. Und es braucht nur ein Makler in der Nähe von seinem Standort oder von seinem Laden, den er vielleicht noch mit Ach und Krach zusammengekriegt hat, einen Laden eröffnen und dann wird er weggepustet. Dann kommt die Konkurrenz. Dann kommen die ersten Probleme. Und der einzige Zustand, der funktioniert, der wirklich funktioniert, ist der von wirklichem Überfluss. Also wenn die Person das Doppelte davon hätte, also anstatt eine Beurkundung, wir machen es mal jetzt ganz einfach. Anstatt eine, alle zwei Monate, einen pro Monat, konstant. Und anstatt einen, dann zwei konstant pro Monat, anstatt zwei, drei und so weiter. So, jetzt brauchst du doch nur jeden zu fragen, wie würdest du dich denn dann fühlen? Welche Auswirkungen hat das denn auf dein Geschäft? Was passiert, was verändert sich und so weiter und so fort? Da bin ich, ey, ich bin voll bei dir, absolut. Jetzt würden sagen aber viele, ja, ich habe aber keinen Bock auf die Arbeit. Das ist eine super Sache, feiere ich die Frage. Also ich bin jetzt einfach mal so der Kontrapart. Bitte gerne. So bewusst. Aber sehr gerne. Natürlich teile ich nicht dieses Mindset, was ich jetzt gerade vorspiele, aber ich bin jetzt einfach mal ein Echo der Branche. Wir machen mal ein Drill. Ja, du drillst mich mal ein bisschen. Ja, finde ich total fein. So, der erste Punkt. Ich stelle mal die Frage, damit wir sie nochmal präsent haben. Jetzt sagen ja viele, die Arbeit will ich aber nicht. Genau. So, jetzt müssen wir natürlich jetzt einmal kurz mal hinschauen, was ist eigentlich das Problem bei Arbeit? Sag du es mir. Also schau, guck mal, wenn doch jemand. Also mal so einfach halten, wie es geht. Ganz einfach, wie es geht. Der Punkt ist, wenn du vier Wochen Urlaub im Jahr brauchst und in den vier Wochen Urlaub eigentlich mehr in der Sonne liegst und Sandkörner zählst und schlafen musst, also kaputt und platt wie eine Kirchenmaus bist oder in deinem ganz normalen Daily-Business zum Beispiel abends um sechs komplett abgeschossen und halbtot bist und so weiter und so fort. Und dann hast du noch ein Problem nicht mit Arbeit. Das denken die Leute, dass sie ein Problem mit, dass die Arbeit sie sozusagen niederringt oder kaputt macht. No, no, no. Das hat was damit zu tun, ob man das, was da tatsächlich alles passiert, ob man das gut verarbeiten kann, ob man damit gut umgehen kann und am Ende des Tages, ob man seine, ich nenne sie mal Probleme, ja, Herausforderungen, ob man die auch gelöst bekommt. In dem Moment, wo du Dinge, und das ist das eigentlich… Dieses Verdrängen, ne? Verdrängen und… Ignorieren, ja, natürlich, klar. Aber in dem Moment, wo ich meine Herausforderungen nicht gelöst kriege. Ich gebe dir ein ganz simples, einfaches Beispiel, was viele Selbstständige da draußen mit Sicherheit kennen. Und zwar ist das das einfache Beispiel der Post. Es kommt Post rein, der Briefträger bringt Post, steht Finansamt drauf. Und ich würde eine Wette abschließen, dass acht von zehn den erstmal beiseite legen. Die legen den erstmal beiseite. Am nächsten Tag kommt aber die Post von den Stadtwerken. Legen sie auch beiseite. Und dann kommen noch zehn andere Briefe und sie legen die beiseite. Das heißt, da sind im Kopf, und jetzt kommt ja das Daily mit dazu, ich mache ein paar Einkaufstermine, ich hole ein paar Aufträge rein, lege die erstmal alle in mein Schubfach rein, in meinen Basket, packe ich die da schön rein. Und jetzt kommt aber der Tag der Abbrechen. Das im Kopf, also was da technisch passiert, im Kopf baut sich so viel Druck auf. Der ist einfach wie so ein Wasserkocher, ja. Ganz geiler Scheiß. Genau, das ist so ein Mega-Wasserkocher, der ist ganz langsam anzumrodeln. Und dann liegen die Dinger da, da liegen aber nicht, wenn dieser Mensch, wir geben ihm jetzt keinen schlimmen Namen, wir sagen einfach dieser Mensch. Wenn dieser Mensch jetzt einfach sagt, ich kriege ein Objekt, pack mir das direkt, arbeite das durch, habe vielleicht auch eine Assistenz, die das jetzt vorbereitet. Nein, er will ja kein Geld ausgeben für Mitarbeiter. Nein, und er baut erstmal, pass auf, eigentlich nichts anderes als, wer Probleme mit Arbeit hat, stapelt eigentlich seine Arbeit. Er ist ein Arbeitsstapler. Der stapelt Arbeit. Und je mehr die Arbeit sich stapelt, umso mehr Unruhe, umso mehr Verwirrung kommt in die Rübe. Und das ist das, was Müde macht. Und das ist das, was Stress macht. Wenn du lernen würdest, zu organisieren, übrigens einer der Hauptfehler, woran die meisten Unternehmen scheitern, also Mangel an Fähigkeiten zu organisieren. So, wenn du nämlich jetzt anfängst und du guckst dir die Schreibtische mal von vielen an. Chaos, wo du gehst und stehst, ja. So, da gibt es ja auch die ein oder anderen Typen, die sind ja noch nicht mal in der Lage, ihre Wasserflaschen wegzuräumen, ja. Also Ordnung, Ordnung ist eigentlich das Hauptding. Der beste Indikator ist Auto. Auto, ganz geil. Auto, 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 nicht ordentlich. Aber das ist eigentlich der beste. Ordnung ist der beste Indikator. An der Ordnung oder Unordnung kannst du erkennen, wie fähig ist jemand, Punkt eins. Kleiner Knieper an der Stelle. Wie fähig ist jemand auf der einen Seite. Aber vor allen Dingen, wie belastungsfähig ist die Person. Das heißt, je mehr kommt, weil unter Druck, unter Druck, wirst du feststellen, wie gut ist wirklich jemand. Wie viel Druck kann er aushalten. Und der Druck wird ja mit jedem Alleinauftrag, der da liegt und jetzt in den Verkauf rein muss, der wird ja immer größer. So, und das ist das, was viele einfach nicht sehen. Und jetzt, da die Leute nicht sagen, okay, ich müsste eigentlich besser werden in Organisationen. Ich müsste eigentlich besser werden im Abarbeiten von bestimmten Dingen. Ich müsste mich verbessern in Sachen Finanzmanagement, bla, bla, bla. So, und das tun sie ja nicht. Also struggeln sie weiter rum. Und das Endergebnis von diesem Struggle ist … Überforderung. Genau. Müdigkeit. Kaputt. Also Müdigkeit. Man ist kaputt. Man ist schlapp. Und das haut einen aus den Socken. So, dann kommt noch ein bisschen beschissenes Bodymanagement dazu. Und gesunde Ernährung. Weil es kommt ja Frust hoch. Und der Frust … Heute esse ich Burger statt Salat. Und dann kommt der nächste Burger statt Salat und so weiter. Kennen wir alle die Phasen. Ist ja gar nicht die Frage. Ist aber auch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, also das ist schon … Also zumindest bei mir jetzt als Person ist zum Beispiel das Thema Arbeit, Sport, Ernährung. Dieses Dreieck. Was ja wirklich ein massive important Dreieck ist, diese Punkte. Also das ist unfassbar. Für mich, ich als Typ brauche das. Weil ich brauche zum Beispiel Aktivitäten, wo ich wieder Energie bekomme. Und für mich sind Dinge wie zum Beispiel Sport eben eine Sache, das ist für mich keine Anstrengung, sondern ich kriege da ja Energie durch. Absolut. So, und wenn ich zum Beispiel jetzt krank bin, wie gerade so ein bisschen, ja, und ich das nicht machen kann, fuck mich das brutal ab. Da gebe ich dir auch recht. Das ist auch alles richtig. Nur, es gibt ja diverse Podcasts und auch Videos und so weiter, wo dann, ich sage mal, ob das jetzt, sagen wir mal, das Eisbad am Morgen ist. Das sind ja so einfach Dinge, die … Das hat ja auch was damit zu tun, woran habe ich Freude? Was brauche ich? Was macht mir Spaß? Was tut mir gut? So, das ist ja eine Sache, ich meine, wenn wir ein Leben leben, wo wir nicht die Dinge tun, die uns gut tun, ist ja auch beschissen. Ja gut, aber das mit so einem Eisbad, das ist etwas Faktenbasiertes, was gut für den Körper ist. Das stimmt. Der Körper ist aber nicht entscheidend, sondern die Rübe ist entscheidend. Also das heißt, der Zustand an Fähigkeiten, das heißt, du musst zu … Weil du kannst dich jetzt jeden Tag 30 Minuten ins Eisbad setzen, da wirst du aber nicht besser Objekteaufbereitung machen können mit oder bessere Einkaufsgespräche führen. Weil das … Ich sage nicht, das ist jetzt Quatsch, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Der Punkt ist nur, hört bitte auf mal zu glauben, dass euch Urlaub fähiger macht. Urlaub schafft erstmal eine … Ihr ignoriert ja das … Es ist ja eigentlich wie so eine Droge in dem Moment, ja, das heißt temporär eben dieses Stresslevel nicht zulassen zu müssen. Genau. Ja, in dem Moment. Absolut. Und du wirst eine Sache erkennen. Aber ey, ganz kurz, bevor wir jetzt … Weil das ist ja jetzt gerade schon sehr ernst. Das ist ja der Letzte hier, ne? Das ist der Letzte, aber heißt nicht, dass wir Urlaub nicht geil finden. So, wir machen auch gerne Urlaub, aber es geht ja um dieses Thema Stress oder Thema Arbeit. Warum die meisten in Urlaub gehen, weil sie einfach eine Ausflucht brauchen aus ihrem eigentlichen Alltag oder Leben. Sie brauchen Erholung, ja? So, das ist ja das, was … Also, man reacht nach Erholung. Aber für was denn? Ja, gut. Von was muss man sich denn erholen? Von der Scheiße, die man jeden Tag wälzt. Und der Anstrengung, die man jeden Tag hat. Davon muss man sich erholen. That's it. Das hat doch nichts mit dem Urlaub, das Urlaub schlecht ist, zu tun. Nur das Ding ist, dass die Leute halt zwei oder drei oder gar vier Wochen in Urlaub fahren, weil sie der Alltag so niederringt und kaputt und fertig macht. Ja. Und jetzt muss man doch mal so einfach nur mal ein bisschen die, mach mal deine Augen ein bisschen auf und denk mal, was ist denn an deinem Alltag falsch? Ja. Was läuft denn da nicht richtig? Ja. Ja, das ist genauso wie wenn, ich sag mal, die Leute ins Ausland wollen. Ja? Und das ist alles cool. Natürlich, ich hab auch schon mal drüber nachgedacht. Aber das Ding ist, was ist denn mit dir, nicht mit der Politik? Hey, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, warte, 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 das ist ganz wichtig jetzt. Wenn die Leute sich über Politik aufregen, wenn die Leute sich über die Gesellschaft aufregen, dann muss man auch mir mal eine Sache ganz offen sagen. Dann fang doch mal an, mitzugestalten. Und motz nicht nur rum, sondern da fang doch mal an, mitzugestalten, Dinge mitzuverändern. Ja, so, das ist mal das Erste. Und nicht einfach nur darüber nachzudenken, wie kann ich hier, ich sag mal, abhauen, ja, um mir diesen Kack nicht mehr ertragen zu müssen. Und das ist ein No-Confront. Das heißt, ich kann mir das Zeug nicht angucken und das ist halt nie eine Lösung. Verstehst du, das ist halt genauso wie wenn jemand in Dubai sitzt und einen Podcast macht und über die ganzen Politiker und die ganzen Holzköpfe und alle möglichen Leute schimpft, ja. Entschuldigung, was machst du in Dubai? Ja, komm doch mal nach Deutschland, fang doch mal an, die Dinge mitzugestalten und dich nicht nur zu beschweren, warte kurz, das ist ganz wichtig, Leon. Nicht nur zu beschweren über die Dinge, sondern fang doch mal an, Lösungen zu liefern. Also wie kann man das denn lösen? Wie kann ich mich denn wirklich als Person, als Mensch verbessern? Und was wirklich Verbesserung bringt, ist, sorge dafür, dass du deine Fähigkeiten, die Dinge zu tun, verbessert. Wir haben einen Podcast gehabt, Leon, sorry, dass ich jetzt gerade da so ein bisschen so einen kleinen Schwall habe. Wir haben einen Podcast gehabt, wo es um das Thema ging, was ist wirklich Reichtum? Und die Fähigkeit, die man hat, zu produzieren, Dinge zu erledigen, das ist der eigentlich wirklich Reichtum. Ja, ja, der Skill, den man hat. Aber ich will einen Punkt dazu sagen, ich gebe dir natürlich Recht, aber... Da musst du kein Recht geben. Ja, bei dem Punkt gebe ich dir Recht, obwohl ich auch ein bisschen eine teilgeteilte Sicht auf das Thema habe, weil wenn ich zum Beispiel Bock auf Sonne habe und die kriege ich in Deutschland nicht, dann gehe ich auch weg. Einverstanden. Weil ich Bock habe, in der Sonne zu wohnen. Das ist vollkommen in Ordnung. Kann man jetzt sagen, ist weglaufen, sehe ich in dem Fall dann einfach nicht so. Hast du ein kleines Problem auf Wetter? Nee, habe ich einfach keinen Bock auf Scheißwetter. Weil, ich weiß nicht, ist, finde ich, für mich ein berechtigtes Argument, warum einer weggeht. Jeder Mensch darf entscheiden, dahin zu gehen, wo es ihm gefällt. Das ist ja auch damit gar nicht gesagt worden. Ich denke, so die Kernmessage ist schon rübergekommen. Es ist nicht schlecht, nach Dubai zu gehen. Es ist auch nicht schlecht, nach Amerika oder irgendwo in die Sonne zu wandern. Das ist alles nicht das Problem. Nur die Probleme, die du hier hast, nimmst du ja auch mit. Wir sind ja eigentlich da gestartet bei dem Punkt der Optimierung, der Punkt des Weiterentwickeln, der Punkt des Wachstums. Und ich glaube, das ist so das, wo wir am Ende des Tages ja auch darauf auswollen, ist, dass die Leute einfach mal verstehen müssen, du kannst dich vor Entwicklung eigentlich nicht wehren. Wenn du dich wehrst, dann läufst du halt einfach weg. Und dann bist du nicht in der Lage, die Probleme zu konfrontieren oder die Herausforderungen zu konfrontieren, deine eigene Fähigkeit weiterzuentwickeln. Und das ist einfach kein sinnvoller Weg. Ich würde sogar, also nochmal, absolut d'accord. Wir müssen uns aber auch ja hier in dem Podcast, ist ja gar nicht dazu da, dass man sich immer gegenseitig Recht geben muss. Man darf ja, das wollen wir ja auch mal machen, das ist ja auch total in Ordnung. Du guckst ja auch aus einer anderen Perspektive. Ja, ich meine, du hast ein anderes Alter, du bist eine andere Generation. Das ist ja total fein, total in Ordnung. Aber ich sage dir eine Sache und damit können wir eigentlich den Podcast heute schließen, wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest. Weiterentwicklung ist nix für Pussys. Yes. Weiterentwicklung ist nix. Ja, da bin ich d'accord, da können wir ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Weiterentwicklung ist nix für Pussys und ist nix für Langweiler. Ja. Und wer gerne halt, sagen wir mal, einfach so seinen Trott beibehalten will und so weiter und so fort. Und ja, natürlich kann man sagen, ich bin zufrieden, ist alles toll, ist wunderbar. Deshalb heißt, diejenigen, die sich weiterentwickeln wollen, das sind halt, ist ein anderer Schlag Mensch. Ja. Das ist einfach so. Die auch transformieren wollen, die ihr Business nach vorne bringen wollen. Ja, oder ihr Leben allgemein. Man muss ja nicht immer aufs Business beziehen. Exakt, genau so ist es. Und das ist halt eben nix für Langweiler und eben nix für Pussys. Punkt aus Ende. Punkt aus Ende. So ist es. Ciao. That's it. Ciao. Ciao.